Musik Sehr verehrten Damen und Herren, Gemälde oder Fotografien sind Wunderwerke aus Formen und Farben. Den beiden, die heute im Mittelpunkt stehen, bin ich auf unterschiedliche Weise zugetan. Anne ist meine Frau, André ist der einzige Fotograf, der versteht, eine Fotosession so zu gestalten, dass ich nicht nach spätestens zwei Stunden durchdrehe. Musik Dass wir gemeinsam ausstellen, war zuerst eine Idee von Frank und ich war aber sofort begeistert davon. Ich kann nur sagen, so ein Bild an so einer schönen Wand in so tollen Räumlichkeiten, das hebt uns mal. Musik Ich finde es beeindruckend, zwei solche Künstler zusammenzuführen. Beide sind so unterschiedlich und dennoch verbindet sie die Kunst. Und im Hotel Mond, in dieser Galerie Hotel Mond Fine Arts, wollen wir auch was Neues zeigen und neue Künstler, neue Gesichter zusammenbringen. Und das haben wir mit dieser Ausstellung erfüllt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020